Jubla ist für mich das Zusammensein, das Verraussensein und vor allem ganz viele Sachen zu lernen. Feuerchen machen und Brötchen. Eine zweite Familie, wo ich so sein kann, wie ich bin. Um neue Ideen verwirklichen zu können. So Abenteuer, wenn ich in der Jubla erlebe, habe ich sonst niemals. In der Jubla können die Kinder unseren Alltag ausbrechen und die Zeit vergessen. Ich finde das Schönste, was einem Jubla zurückgeben kann, sind lachende Gesichter der Kinder. Und Jubla schafft einfach Lebensfreude und Lebensfreunde.